Sie ist immer auf der Suche nach Trends beim Essen, die Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler. Station 1, Markthalle 9 in Berlin. Markthallen erleben eine Renaissance, sagt Hanni Rützler. Oft damit verbunden, Landwirtschaft in den Städten und um sie herum. Weltweit wird damit experimentiert. Urban- und Indoor-Farming sind im Kommen. Hier in dieser Markthalle wird verkauft, was ganz in der Nähe auch angebaut und gezüchtet wird. Was genau interessiert Sie, wenn Sie hier so durchgehen und gucken? Hier geht es eigentlich auch, wie wollen wir in Zukunft die Lebensmittelproduktion gestalten, woher sollen die Produkte kommen? Und gerade frische Versorgung in den Städten ist ein riesiges Thema. Wir wissen das weltweit noch immer, die Großstädte wachsen. Also Sie meinen so Indoor-Farming und Urban-Farming, all solche Konzepte für Städte, sind tatsächlich in der Zukunft ein fester Bestandteil? Ich würde sagen, auf jeden Fall ein fester Bestandteil. Kann denn das tatsächlich Teile der konventionellen Landwirtschaft, die möglicherweise durch verschwindende Anbauflächen verloren gehen, ersetzen? Ich denke mir, es geht nicht um entweder oder, sondern um ein neues Miteinander. Fazit, das Essen der Zukunft kommt von nebenan, vom Feld oder aus neuartigen Farmen. Station 2, die Science Kitchen von David Marx. Schönen guten Tag, Herr Marx. Eis gibt es jetzt, stimmt's? Er entwickelt hier neuartige Lebensmittel, besonderes veganes Eis zum Beispiel. Aber das eigentlich innovative Neue ist das hier, ne? Ja, also genau. Eis neu zu erfinden bedeutet nicht nur die Rezepturen und die Texturen ändern zu können und sie besser werden zu lassen. Ich sag jetzt mal ganz frech auch gesünder, sondern auch schöner. Wird sowas auch generell zu überlegen sein, ob man gesündere Lebensmittel herstellt? Naja, also Gesundheit ist natürlich ein Megatrend. Das ist für große Teile der Gesellschaft inzwischen seit alltäglich. Es ist ein Druck, ein Stress, weil man kann es nicht delegieren. Man weiß, dass man zu einem großen Teil selber dafür zuständig ist. Und da will man nicht mehr immer auf Diät gehen oder in die Apotheke, sondern da will man natürlich auch schauen, dass die alltägliche Ernährung gut schmeckt. Fazit, gut schmecken und gesund sein soll das Essen. Es wird sich ein bisschen verändern, aber der Genuss bleibt das Wichtigste. Es gäbe etwas, das gesund ist, schmeckt und anderswo zum Alltagsessen gehört. In Europa und den USA zum Beispiel aber nicht. Insekten. Genau dazu hält Hanni Rützler einen Vortrag. Station 3. Wie weit sind uns die Insekten? Insekten brauchen kaum Platz, wenig Wasser und wenig Futter. Ganz anders als bei den Eiweißlieferanten Rind, Schwein und Huhn. Aber wollen wir das? Wenn wir in unserem Kulturraum an Insekten denken, dann sehen wir zuerst einmal, die fressen uns, nicht umgekehrt. Probieren Sie und lassen Sie drauf ein. Überraschend, kaum einer, der nicht kosten wollte. Gibt es? Die sind trocken und salzig, aber kann man essen. Und was sagen Sie? Ist nicht schlecht. So ein bisschen wie Flips oder Chips oder so. Also ein guter Snack. Na ja, ist schon lecker. Aber die Vorstellung ist ein bisschen eklig. Halt die. Ist ja mutig. Es schmeckt aber nicht schlecht. Es muss nicht sein. Man muss es nicht essen. Man muss es auch nicht essen. Können Sie sich vorstellen, dass es uns wirklich gelingt, die Menschheit ordentlich zu ernähren in Zukunft? Ich denke mir, dass es an sich kein Problem ist. Wir haben ein großes Verteilungsproblem. Und ich denke mir, wir müssen mehr die Ressourcen, die regionalen Ressourcen fokussieren. Wir können nicht Rindfleisch hier produzieren und weltweit exportieren. Also Welternährung heißt nicht großes Geschäft. Aber Welternährung heißt sozusagen die regionalen Ressourcen mit Energie, mit Wasser, mit Proteinquellen nützen, hier mehr forschen und Vielfalt zulassen und fördern. Dann also wird es genug Essen geben, um die stetig wachsende Weltbevölkerung satt zu machen. Und das Essen der Zukunft wird dann von Region zu Region überraschend unterschiedlich sein.